Es ist wirklich großartig. Ich habe mich bei Christa Steinle schon bedanken können, die die 57. Kunstbiennale, was Österreich anlangt, kuratiert. Sowohl Brigitte Kobanz als auch Erwin Wurm, beide Staatspreisträger oder Trägerinnen, beide haben Ausstellungen von Paris bis New York hinter sich, sind internationale Künstlerinnen und Künstler. Darauf bin ich stolz und deswegen bin ich auch da, um zu zeigen, auch der Landeshauptmann, das Land steht dahinter, als ein Land, das ja den Ruf hat, ein Kultur- und Kunstland, auch ein Architekturland zu sein. Das wollen wir festigen und das hat auch Priorität.